Haben Schnee, Liebe und Weihnachten eigentlich etwas gemeinsam? Ja! Alle drei sind Geschenke. Sie fallen vom Himmel. Sie verbinden Himmel und Erde. Und alle drei sind unverfügbar. Wir Menschen können ja ziemlich viel. Weil wir bemühen uns, wir strengen uns an, wir wollen auch richtig viel. Und wir wollen es gerne selber wollen, selber machen, selber können. Aber Schnee und Liebe und Weihnachten werden uns einfach gegeben. Zum Genießen. Zum Feiern. Mit anderen und für andere. Was ich Ihnen und Dir wünsche. Weiße Schneeflocken umtanzen dich an Heiligabend. Auch wenn sie sich verstecken. Im Nieselregen bei sieben Grad. Liebevolle Menschen sind da. Und im Herzen frohe Weihnachten.